So, da sind wir wieder, diesmal mit einem super kurzen Video, wie man die Iriod-Phase in Grotes Ende ein bisschen vereinfachen kann. Und zwar laufen wir in den zweiten Raum hier zu diesem Kristall und können nach oben gucken. Da sieht man den einen Wizard auf der rechten Seite, da schießen wir einfach eine Solargranate nach oben. Dann auf der linken Seite ebenfalls einen, da werfen wir auch eine hoch und dann laufen wir hier los. Ich habe den Warlock benutzt mit zwei Granaten, das kann man so auswählen. Man kann alternativ auch Dragon's Breath nehmen, als den Raketenwerfer der Solargranaten verschießt. Dann laufen wir hierher, springen hoch, verschätzen uns dabei, machen es dann noch einmal richtig. Und dann sehen wir hier auf der linken Seite den einen Wizard. Und auf der rechten Seite den anderen Wizard. Und wir haben beide rausgelockt, ohne den Timer zu starten. Wenn du das Video lustig fandest, dann bewerte es doppelt mit einem Daumen hoch und subscribe den Kanal. Dankeschön.